Man sollte nicht über den Menschen regeln. Lass das Geheimnis wieder regeln. Das Buch der Lichter, das Buch der Bücher und das Heilige der Menschheit. Aum. Meine Lieben, ich sitze eigentlich hier in einer degenerierten Umgebung. Guck mal, da sind Töpfe und eine Uhr und so weiter. Was man so in der Küche so braucht. Es gab mal eine Zeit, da brauchten wir gar nichts. Da brauchten wir uns nicht zu kochen. Da mussten wir uns das Essen nicht zubereiten. Es war wie im Paradies. Aber hat uns ja nicht genügt. Nein, oh, da muss viel mehr sein, das ist klar. Einst waren wir den Engeln gleich, den Götter gleich, den Göttern. Wir trugen, wir hatten nicht diese Körper, wir hatten feinststoffliche, leuchtende, gleißende, schönfarbige. Astrale, ätherische Strukturen, ja. So rein waren wir. Und dann verdichteten wir uns zu der Kack- und Pissmaschine von heute. Ich meine damit nicht die Gegend, die Wesenheit, meine Lieben. Ich meine die Hülle. Und warum ist es denn so gekommen? Weil uns die Reinheit der engelsgleichen Geschlechtslosigkeit nicht genügt hat. Wir haben ja gekostet von der sogenannten verbotenen Frucht, ja. Und mit unserer wachsenden Begierde hat sich die Materie entsprechend dieser Begierde angepasst. Das heißt also, die ganze Welt mit allem da rum, jetzt mal hier so, haben wir erschaffen, haben wir verursacht. Beschuldigt mal keinen außerkosmischen Gott oder keinen Teufel. Ne, 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 du, du. Das ist mal der erste Schritt, meine Lieben, den man tun sollte, wenn man sich mit der Lehre befasst. Und wenn dann die Menschen sagen, und da gibt es mehr und mehr, der Lanou hat recht, wir sind hier Kack- und Pissmaschinen. Oben rein, hinten raus, unten raus. Und so war es nicht immer, denn als wir die feinstofflichen Strukturen hatten, da ist der Äther durch uns hindurch geflossen. Man nennt es Osmose unter anderem. So, und hat uns mit seiner Schwingung beseligt, meine Lieben. Ja, so. Da hatten wir keine Augen, keine Ohren, keine Nase, kein dies, kein das, das war gar nicht nötig. Diese Behinderungen plus Gehirn brauchen wir nur, weil wir die gefallenen Engel sind. Und jetzt müssen wir gucken, schmecken, denken, tasten. Das war alles nicht nötig. Beschmutzt sind wir. Beschmutzt. Und da gibt es zwei oder drei unter uns vielleicht, ich gehöre dazu, obwohl wir kein Heiliger, also ich, kenne ich andere, die sind viel weiter schon mit der Lehre. Aber, aber, als Ziel haben, nicht nur jetzt die Rückkehr nach Nirvana, da hat man dann auch keine Form mehr, auch nicht die höchst irdische, aber man hat irgendwie drinnen auch mal das Gefühl, wie ist es, wenn ich gar nichts mehr will und trotzdem glücklich bin. Und in dem Zustand waren wir da, wir sind doch aus dem Paradies gefallen. Das ist die wahre Bedeutung der Bibel, diese Geschichte, meine Lieben. Ja. Auch in den höchsten Himmelshebenen kann es Probleme geben. Wo fanden denn die ersten Kriege statt? Im Himmel. Haben sich vielleicht zwei Lichtwesen getroffen. Das eine strahlte viel heller als das andere. Da entstand schon leichte Misskunst. Diese Misskunst verursacht unweigerlich einen tieferen Fall in die Materie. Und das sich umgeben mit dichteren Formen, die dann astral waren, nicht mehr ganz rein ätherisch, sondern mehr astral und so weiter und so weiter. Bis sie sich zudem verdichtet haben. Und die Erschaffung dieser Formen ist doch ganz einfach, mein Lieber. Der Beutung kann Gehirnschirurg zu sein und das zu verstehen. Die Wesenheit fällt in die Materie und der Verlangenszustand verursacht, oder sagen wir mal der Nichtwissenszustand über das Leidvolle dieser Existenz in der Materie, so dass der erste Schritt also bereits falsch war, wenn man so will, verursacht entlang der Matrix und der präexistenten Urmaterie die entsprechende Form. Nicht gleich als ein Mensch, nein. Sagen wir mal erst als eine mineralische Form. Alles noch feinstaublich und so weiter. Dann als eine pflanzliche Form, wenn man viele Male überdurchgegangen ist. Dann als eine tierische Form, menschliche Form, verdichtend. Dann kam eine Entwicklung auf Erden, meine Lieben, wo wir Substanz abgestoßen hatten, die sich wiederum zu der heutigen Mineral-Pflanzen-Tier-Entwickelt hat. Schauen wir mal, was man Menschen hat. Es gab auf der Erde zuerst nur den Menschen, sozusagen. Ja, das ist normal. Zuerst war der Mensch, sonst gar niemand. Und wir, wie das geschehen ist und so weiter, dafür gibt es ja zehn Bände, wie sich ein Planet aus einem anderen entwickelt, genau wie ein Mensch aus einem anderen. Das ist ein Reinkarnationsvorgang. Eine Galaxie reinkarniert genauso wie ein Mensch. Wir sind ein kleiner Kosmos in einem großen Kosmos. Die Maschine ist gebaut wie alles andere auch. Gibt es keinen Unterschied. Gibt es keinen Unterschied. Es entsteht getrieben von Verlangen und vergeht. Und wenn das Verlangen verbleibt, dann kommt man wieder. Schlimm ist nur, wenn man auf dem aufsteigenden Bogen ist, hin zurück zum Geistigen, wohin wir uns allgemein jetzt befinden, und man dann immer noch ein tierisches Verlangen hat, dann wird man in einer antagonistischen Umgebung geboren werden. Dann wird man in einer Umgebung geboren, wo das nicht mehr apropos ist. Dann wird man angeschaut. So, dann hat der Mensch. So, und wenn wir, und heute wollen wir mal sprechen, meine Geliebten, über die Sittenreinheit, ja, da haben viele ein Problem damit hin. An sich hat es damit zu tun, das Verlangen nach sinnlichen Vergnügungen hält sich in Maßen und unterstützt von der Lehre wächst das Andere in uns. Das Geistige. Aber beides geht nicht. Ich kann nicht ein Hurenbock sein und zugleich das Buch der Licht studieren und hoffen, dass sich das jetzt nicht verbessert, denn dann wird es schlimmer. Also, heutiges Thema, ganz wichtig, mal die Sittenreinheit, meine Lieben. Mal sehen, was damit gemeint ist. Das kann man ja, das kann man ja vergleichen. Ich nehme natürlich mal Auszüge vom Buch des Lichts. Man kann es vergleichen mit einem wilden Tier, das gezähmt wird. Das fragt mal jeden Angeklagten vor Gericht. Warum hast du den umgebracht? Ich wollte es nicht, ich wollte es nicht. Und da sehen wir, dass wir gar nicht das sind. Weil das will viele Dinge, die wir nicht wollen. Wir vertuschen das, wir lenken uns ab, wir schauen TV, wir hören unseren Volksverrätern zu usw. Aber in Wirklichkeit merken wir, da stimmt etwas nicht. Und, und, in uns ist das Verlangen, das ist eine Erinnerung an eine Zeit, wo es schöner war, an einen paradiesischen Zustand. Kein Penis, keine Scheide, keine Brüste, kein After, nur fließende, ätherische, reine Substanz. Wie gab es da eine Vervielfältigung? Ja, Reproduktion. Immer mit dem Buch des Lichts. Diese astralen Formen haben sich einfach geteilt. Das sind dann riesige astrale Zellen. Übrigens, in der menschlichen Entwicklungsgeschichte war es vor Millionen von Jahren so, dass wir zunächst mal auch, trotzdem wir schon menschenreich waren, große astrale Zellen waren. Die große astrale und dann sich verdichtende protoplasmische Zellen wird im Prinzip alles beschrieben. Und vermehrt haben wir uns so, wie es in der Bibel steht. Eva kam aus der Rippe von Adam. Das ist eine Allegorie, das ist ein Symbolismus. Aber die Wahrheit ist, dass das passiert. Ich habe es in dem Vortrag mit Mann und Frau erklärt. Man kann gar nicht die Wahrheit auf genug wiederholen. Was jetzt geschieht, außerhalb mit Befruchtung, Mann und Frau, das war dann in einem Körper gescheitert. Und wenn dann das für eine Eigenbefruchtung, die es heute auch noch gibt, in vielen Tierarten, gar kein Problem. Dann brach sich, dann schwoll, die Wesenheit selber war schwanger, von sich sozusagen. Dann schwoll die Substanz, kam so eine Ausbeutung, und sie löste sich. Verbunden noch mit einer Nabelschnur für eine Weile. Dann legt sie sich auf ihre eigene Weise fort. Das ist jetzt natürlich eine Andeutung, die ich hier mache. Ja? Gut. Also es ist in uns, sind zwei Dinge. Und schaut mal, ich zeige, die Katzen immer kitzelt mir die Nase. Ich will nicht, dass die Nase kitzelt. Da sehen wir auch, das ist der richtige Ort hier. Denn wo früher die Mönche, heute vielleicht auch noch, Loslösung suchten, von dem, weil sie das andere wollten, war natürlich die Heimlosigkeit. Das gab es da nicht. Kann man sich trotzdem in einer zivilisierten Umgebung lösen? Trotzdem versuchen, seine tierischen Instinkte so weit zu reduzieren, dass das Neue hervorbrechen kann. Das Neue kann, ganz selten bricht das Neue hervor. Das geht stufenweise. In der Weise, in dem ich mich vom Anderen löse, kommt das Neue. Der Buddha selber hat gesagt, und wenn ich mich vom Glück, der Sinnesfreude, Stück für Stück löse, vielleicht, dann kommt ein neues Glück. Glück der Loslösung. Da braucht man gar nichts. Da ist man auch an keinem Geschmack, haftet man da. Man will keinen Sex, man will dies, kein das, gar nichts, gar nichts. Und trotzdem ist man da. Aber selbst dem großen Buddha fiel das schwer, mein Lieben. Der hat ja ganz klar gesagt, und der hat ein Harem von 100 Frauen gehabt. Keine älter als 18. und wunderschön. Man könnte euch vorstellen, wie der seinen Tag verbracht hat. Aber gerade da kam ihm die Idee, oh, sehr schön, aber immer dasselbe, alles so, Schenkel auf, dies da, Scheide, Mintern, Brüste, Augen, wunderschöne Augen, ja gut, aber also etwas in ihm sagte, das kann es nicht sein. Seht mal, meine Lieben, manche Leute, und deshalb waren auch die Schüler des Buddha, Königskinder oft, die selber schon den Überdruss erlegen waren. Aber da gestand ihnen der Buddha, das war also, nachdem er Erleuchtung erlangt hatte, als ich noch das Glück der Sinnenfreunden genoss und das neue Glück jenseits der Sinnenfreunden wollte, da fand ich es noch nicht. Lag natürlich an seinem Loslösungszustand, der noch nicht entsprechend war. Also sagt er, fiel ich immer wieder zurück in das Glück des Sinnenfreunden. Aber dann, und Mönche und Nonnen, sagt er, als ich dann das Glück jenseits der Sinnenfreunden fand, da fiel ich nicht mehr in die Sinnenfreunden zurück. Damit meinte er. Dann lebte er keucht, dann aß er nur einmal am Tag was Kleines, dann trank er nur Wasser, dann lebte er im Wald abgeschieden, dann meditierte er den ganzen Tag. Wusstet ihr, heute habe ich gelesen, in der Blödzeitung mit, naja, ein alter Freund von mir ist der Thomas Gottschalk, der hat sich jetzt scheiden lassen. Ich habe gesagt, Mensch, guck mal, ja, über 40 Jahre und jetzt ist das Leid da. Oder glaubst du, die beiden sind glücklich, dass sie geschieden sind? Nee. Ich schweife schon wieder ab, Entschuldigung. Wo war ich denn stehen geblieben? Ah ja, bei dem Glück der Sinnenfreunden. Nichts wahr? Und dann draußen in der Wildnis, weg von allem. Ich schlage jetzt nicht vor, dass wir die Küche verlassen sollen oder das Haus und in die Wildnis gehen. Man kann auch hier sich mit diesen Dingen erst mal befassen und zu sehen, ob das was für einen ist. Dann könnte es sein, dass man plötzlich Schnapp macht und geht ins Klos. Das kann sein. Denn man will ja etwas erlangen. Meine Lieben, was will man denn erlangen? Warum soll ich denn was aufgeben, wenn ich nicht so viel kriege? Dann ist das über Unsinn. Das ist ja nur für Träumer. Ich bin Realist. Je mehr ich Maß halte, umso mehr merke ich, da kommt was Neues. Ich kann doch gar nicht sagen, genau was ist da was. Und natürlich gibt es Rückfälle. Das ist doch ganz klar. Wir haben in unserer Gruppe bei VK wunderbare Menschen, auch ganz junge Menschen, die sich das schon vorgenommen haben, alles loszulassen. Und dann kommt natürlich das Kundalini, dann kommt der Hüter, der Schwelle, dann kommt, dann wird alles aufgeweckt und sagt, tu es nicht, tu es nicht. Jetzt geht der Kampf los. Und er hat damit nichts mehr zu tun. Nichts mehr zu tun damit. Sondern das ist ein wirklicher Held. Dagegen ist ein Boxer, ein Schwarkhoff. Oder sagen wir mal Liebkuhl, ein Weichei. Dagegen ist Mike Tyson ein Weichei. Ein Weichei. Und der hat es ja auch erfahren und ist ja schon auf dem Loslösungsweg. Er hat seine neue Frau getroffen. Er ist Rohköstler geworden. Und wenn er den als Boxen anspricht, hat er gesagt, du bist bekloppt, ich boxe da nicht mehr. Er sagt, da musste ich durch. Was für ein bereits hoch entwickelter Mensch. Schaut euch mal, dazu muss man natürlich Englisch können müssen. An, wenn Mike Tyson spricht, von dem sie alle immer gesagt haben, das ist ein brutales Tier. von wegen. Schaut euch mal an, wenn der spricht. Nach dem Boxen dann. Als er aufgehört hat. Da seht ihr einen begnadeten Philosophen. So, mein Lieben. Also, wenn man dann natürlich das Neue will, löst man sich vom Alten. Entweder auf einmal, was ich nicht empfehle, weil dann lehnt sich das Alte auf. Da schmeißt es dich zurück. Meistens. Und die Mönche und Nonnen, die das machen wollen in der Kirche, die werden meistens erliegend in Lastern. Und wenn sie es Stück für Stück gemacht hätten, hätten sie langsam abgebaut, das Alte, damit das Neue langsam kommen kann. Genügt doch schon, wenn man sich ein bisschen mit der Lehre befasst, mein Lieben. Da wendet man sich doch auch einmal ein bisschen ab von diesen anderen tierischen Aktivitäten. Ja? Natürlich, wenn einer vollkommen, stellt euch das mal vor, wenn einer das auf einmal machen will, Sitten rein werden will, schon in diesem Leben, ich rate es nicht. Denn das sind Voraussetzungen, die du nicht erfüllen kannst. Aber du könntest in allem schon einmal maßvoller leben. Wäre doch schon mal was. Ich habe immer gesagt, jeder Vollidiot kann einem Verlangen nachgeben. Jeder Vollidiot. Aber nicht jeder kann ein Verlangen spüren und zu sagen, und sagen, nein. Aber das kann er nur, wenn er eine mächtige Waffe hat. Und das ist das Buch des Lichts. Das ist das Wissen. Welches dich leitet auf dem Weg, ganz gleich wie oft du fällst, stolperst. Steht mal wieder auf. Also wenn aber, und jetzt nicht, ich nehme mal jetzt mal den Radikalfall, nur damit ihr mal seht, warum das eigentlich nicht geht. Aber bitte, das könnte auch jetzt genannt sein, entweder der Radikalfall oder der Fall von jemandem, der langsam sich herangearbeitet hat an die Sache und nach sagen wir mal zehn Leben soweit ist. So oder so, stimmt's. Pass auf. Was tun wir alles, damit wir Nirvana erlangen können, die Wiedergeburt verhindern, die Reinheit bekommen. Auf dem Weg gelangen wir auch in die Götterwelt, gar keine Frage, aber auch diese Hüllen sind dann natürlich vergängliche Illusionen. So wunderbar. Sie sind. Passt mal auf, könntet ihr das, wenn ihr, wenn ihr jetzt sagt, Nanu, ich will in diesem Leben eine Bahn erlangen, könntet ihr das wirklich schaffen? Passt mal. Ihr dürftet zunächst mal nichts Lebendiges mehr umbringen. Oh, ganz klar kein Fleisch mehr essen, kein dies, kein das. Na ja, die Nuss will auch nicht sterben. Wichtig ist, entschuldigt, beim Essen zu überwinden, das Anhaften an den Geschmack. Schau mal, die Leute essen doch auch hauptsächlich nur Fleisch, Tierleichen, weil sie vorher salzen oder schön mit Gewürzen und so, ja, schöne Soßen und dann schmeckt man die Leiche nicht so sehr. Verstehe ich schon. Also man lebt natürlich veganisch Obst, Gemüse, Salat aus den Händen, aus den Händen. Wenn man das denn, ja, so, dann trinkt man nur Wasser. Trinkt man nur Wasser. Da entsteht dann irgendwann einmal ein Gefühl der Befreiung, der Leichtigkeit, nicht nur, weil man mit diesem Essen so beschmutzt und behaftet ist, die meisten Leute fressen ja, zwei, drei Mal am Tag mehr sogar. Das ist auch verständlich, wenn sie, die Zivilisation, normalerweise ging der Bauer früher ins Bett, wenn die Sonne unterging und ist aufgestanden, wenn sie aufging. Die Sonne geht dann nicht unter, nicht auf, okay. Und heute, natürlich durch die Erfindung des elektrischen Stromes, das Licht, das elektrischen Licht, hat sich alles verändert durch die Empfindung der Antibabypille. Keiner weiß, dass durch die Benutzung dieser Pille die Krebs immens ansteigt, Unterleibskrebs und so weiter. Naja, wieder abgeschafft. Also, zunächst einmal ist zu sagen, nichts töten. Man hat zu allen Wesen Liebe und Mitleid. Ja, auch zu den Nüssen und Tomaten, aber irgendwas muss man essen, gell? Dann gibt es dann die, die Jainas, die essen gar nichts mehr, die trinken auch nichts. Die setzen sich hin und warten, bis sie umkippen mit einem fiependen Ton. Das will ich aber keinem empfehlen. Die Familie ist um sie versammelt und die haben da schon eine Verbindung mit den Göttern. Sie spüren zumindest jetzt schon die Götterwelt. Jetzt sitzen sie da, das dauert manchmal eine Woche, zwei, drei und dann oder aber da ist nichts für uns. Das machen wir nicht. So. Wir nehmen auch nichts, was uns nicht freiwillig gegeben wurde. Ja. Wir sind nicht diebisch gesinnt, wir sind rein gewordenen Geistes, versuchen wir. Und selbstverständlich sind wir keusch. Denn, meine Lieben, schaut mal, das hat doch mit Unmoral gar nichts zu tun, Sex ist doch okay. Die Sache ist doch nur die, das sexuelle Verlangen ist etwas Körperliches. Das heißt also, wenn du noch den sexuellen Verlangen anhängst, ja, wirst du unweigerlich, zieht dich dieses Verlangen eine neue körperliche Inkarnation zurück. Das ist doch ganz klar. Das ist doch nur Mathematik, das ist reine Mathematik. Gleich zugleich gesetzlich. Ja. Ich sag ja nur, jetzt ist mal das Beispiel nur für jemand, der, Schluss damit, ja, sozusagen. So, man lügt natürlich auch nicht. Und man, man enthält sich der Paarung. Ja, man schlägt die Augen nieder dann. Weil man soll doch den Körper nicht unterschätzen. Viele E-Mails von Leuten, die das versucht haben, so radikal, ja, und die sagen, ich habe das schon seit einem Monat keinen Sex. Da sehe ich plötzlich eine Frau, so wunderschön, ich schlage die Augen auf und kriege schon eine Erektion. Ja, meine Lieben, da müsst ihr doch mal an den Kopf greifen. Sowas geht doch gar nicht. Sondern dann sagt man, wie Paulus, wenn sie, gibt sie zur Ehe, damit sie nicht brennen. Da wäre der erste Schritt zu heiraten, sich auf eine Frau zu konzentrieren. Eine Frau. Und da zu versuchen, eine geistige Bindung hier zu stellen auch. Dass es nicht nur sexuell gegeben ist, sondern dann fällt der meistens schnell auseinander. Weil wir würden sich schon so hören. Hört mal. Also, ja. Ich glaube, es gibt keinen auf der Welt, der schönere Frauen gehabt hat als ich. Denn ich war vier Jahre mit Jean Connery in Mabea, habe ich gelebt in seinem Haus. Ich habe sie alle kennengelernt, alle Superstars, alles. Alle schönen Frauen, alles, was du glaubst und brauchst. Vier Jahre. Und was ich jetzt sagen wollte ist, aber die haben alle auch nur Brüste, Scheide und Hintern gehabt. Mein Gott, dann haben sie halt schönes Gesicht und Augen gehabt. Ja gut. Und weil ich nur fixiert war darauf, bin ich natürlich ganz schnell, ist mir das übergeworden. Und die, einige von denen haben sich halt verliebt in mich. da kommt das Leid. Also, man, äh, man lebt keusch, wenn man jetzt das will, in diesem Leben noch. Sag euch nur, wie schwer es ist. Oder ich beschreibe jemanden jetzt, der schon zehn Leben gemacht hat, sich losgelöst hat und jetzt bereit ist dafür, man paart sich nicht mehr so und man senkt die Augen. Trotz allem. Wenn ein Körper, der keusch lebt, ist mit ungeheurer sexueller Energie, ob du es glaubst oder nicht, angereichert. Ein Keusch, wenn ein keusch lebender Mann in Gesellschaft kommt von Frauen und anderen, wird er sehen, die springen auf den. Die wissen gar nicht selber warum. Sie merken, da ist einer, der hat Kundalini, die wollen seinen Samen, die wollen, die wollen, die wollen diese Energie. Da kann der aussehen, wie er will. So. Man lügt auch nicht mehr, das ist ja klar. Es ist so, meine Lieben, jede Aktivität, die man auf der Suche nach Reinheit tut, die vorher ganz normal war geschlägt, ging ein. Schaut euch mal auf YouTube meine Videos an der Pfad, dann ist der Bescheid. Fasst euch mit der Lehre. Ich habe neulich wieder einen in meiner Gruppe gehabt. Sag, du musst meditieren, da sagt er oder sie was, glaube ich. Wie kann ich meditieren? Wenn ich andauernd an die Probleme in der Welt denke, muss ich sagen, komm, besorg dir doch mal das kleine Büchlein Seelenatmen-Meditation. Du wirst in einen Zustand kommen, wo du nicht mehr denkst und trotzdem da bist. Man kann auf die Gedanken bezwingen. Durch Beobachtung, durch Achtsamkeit, dann verschwinden wir. So. Man spricht die Wahrheit. Man heuchelt dich, man schmeichelt nicht mehr. Man richtet nicht aus. Was man gehört hat, sagt man nicht weiter. in dem Sinne, dass man sagt, oh, habt ihr das gehört? Die Frau Meier, die ist jetzt mit zwei Negern. Ja, ja. Also, man will keine Menschen erzweinen. Na ja. Jesus sagt, ich bin gekommen, dich deiner ganzen Familie zu entfremden. Das ist wie eine andere Sache. Das mache ich jetzt auch natürlich in gewisser Weise, weil ich von einer Loslösungslehre berichte. Ja. Und wenn man das konsequent zumindest mal durchdenkt, kann es sein, dass die Umgebung plötzlich gar nicht mehr passt. Schon nach ein paar Tagen. That's the problem. Meine Lieben, ich gebe es nur weiter. Ich bin kein Guru, ich bin kein Vorbild. die Lehre ist Guru außer Ende. So. Also, man spricht fördernde Worte in dem Sinne, man sagt keine hohen Worte. Na, da könnt ihr mich nicht als Beispiel nehmen. Ich flippe nämlich manchmal ganz schön aus. Und sagt, die katholische Kinder, äh, die katholische Kirche, diese perverse Kinderficker-Sekte. Ja, das habe ich schon mal gesagt. Nehme ich auch meine Kappe. Hier. Ich. Ja. So. Man redet zur rechten Zeit. Das, seht mal, man redet zur rechten Zeit. Was bedeutet das? Stell dir mal vor, ihr sitzt im Café oder seid in Gesellschaft und, äh, jemand hat ein Kind, hat eine Frau dabei und sagt, ja, nun ja, dafür sind wir hier, um Frauen, um uns zu reproduzieren und ihr kommt und sagt dem, äh, irgendwann einmal brauchst du keine Frau mehr, um Kinder zu kriegen, da wird man sich durch Selbstteilung reproduzieren. Das ist ja hier. Ja, Beispiel, ja. Oder du sagst dem, wäre besser für dich gewesen, keusch zu leben. Oh, so ein Quatsch. Das sind Dinge, die man zur unrechten Zeit dann sagt. Das sagt man nicht. Das sagt man nicht. Einmal am Tag ist man. Man ist nüchtern. Ja. Und jetzt kommt's. Da wäre ich für dieses Leben schon ungeeignet. Ich komme gerade von einem Auftritt, da waren Tausende von Menschen. Man hält sich fern von Tanz, Gesang, Spiel, Schaustellungen. Hält man sich fern. Und die einzige Musik, die man sich anhört, ist vielleicht die Mantra vor der Meditation. Dann schaltet man die Mantra ab und dann meditiert man. Selbst die schönste Musik ist für einen, der Loslösung will, wie Schmutz. Warum? Na, weil sie das Hörorgan aktiviert. Wahre Existenz. Wahre, eine wahres Existenz ist frei von Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten und Riechen und vom Denken. Da haben wir auch kein Bewusstsein mehr. Wir sind praktisch bewusstlos. Aber wir sind dann die Wahrheit. Vorher sind wir es nicht. Ja? Denn der Mensch ist auch nicht sein Bewusstsein. Diese ganzen Selbstbewusstseins- und Selbsterkenntniskurse ist alles Quatsch und Schwindel. Bewusstsein ist nur eine Sache vom Körper. Zum Beispiel, ich spreche zu dir. Das erzeugt in dir ein Hörbewusstsein in deinem Körper. In meinem übrigens auch jetzt, weil ich ja meine eigene Stimme höre. Übrigens, wollt ihr mal hören, wie ihr euch anhört? Wie andere euch hören? Nicht so, wie ihr euch hört. Müsst ihr mal so machen. Wenn du dann sprichst, hörst du dich, wie dich andere hören. Und mal nur ein kleiner Hinweis. Versteht ihr? Es gibt kein Selbstbewusstsein. Es gibt nur ein Bewusstsein dessen, was du nicht bist. Was entsteht und vergeht. Und darum musst du dich dann in letzter Konsequenz in der täglichen Meditation, das mag Jahre dauern, das mag ein paar Leben dauern, das mag eine Sekunde dauern, und jetzt kommt vom Anhaftungszustand. Darauf kommt es an. Musst du dich auch von deinem Bewusstsein trennen. Dann kommt, was Jesus gesagt hat. Die Wahrheit wird euch befreien und du bist nicht zerstört. Du bist nur befreit vom Verlangen nach. Sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen, tasten, denken. Das Denken ist das gräßlichste, sagt ein afrikanisches Sprichwort. Auch die Leute rum, seine Stimme hat mir gesagt, bring den um und dann habe ich es gemacht. Leute haben gar keine Ahnung, dass sie nicht allein sind. Wir sind umgeben von astralen Wesenheiten, die sich entsprechend unseres Bewusstseinszustandes angliedern in der Aura und uns Sachen erzählen. Meine Lieben. Und meistens die Hochintelligenten in Politik, Banken und Priester, das sind die Besessensten. Das sind die von den größten Schwächen Befallenen. Und die treiben es so weit wie Babyessen oder was weiß ich, satanische Riten. Naja, wollen wir heute nicht im Detail. Auf einigen, ja. So. Also, es fährt ein Zug nach. Nirgendwo. Also, nichts für jemanden. Christian Anders Lieder ist nichts für jemanden, der Nirvana erlangen will. Ja, von wegen. Etwas höher sind vielleicht Symphonien, aber selbst die nicht. Und da spreche ich gegen mich, weil ich habe auch eine Symphonie geschrieben, Malibu-Symphonie. Geht mal auf YouTube. Christian Anders Malibu-Symphonie, bitte. Das hat nichts mit Schlagern zu tun mehr. Dennoch ist auch die eine Belästigung, eine Störung. Warum? Na, weil sie gerade die Ohren vielleicht mehr entzückt als ein Schlager und damit eine Anhaftung verursacht. Wer hat mich verstanden? So. Wir reden also von jemand, der entweder nach vielen Leben jetzt bereits ist eine Warnung zu lachen oder jemand, der es gerade jetzt will, aber wobei der Ersteres wohl leichter hat und der Letztere, den ich erwähnt habe, na, dem will ich das vielleicht warnen. Eine Warnung. Willst du das wirklich? Man hat keinen Sex. Man gibt sich nicht mit Frauen und Mädchen. Mag man nicht. Mag man nicht. Man versucht den Körper nicht, eine neue Anhaftung in diese Welt zu verursachen. Du kannst nicht in diesem Leben eine wunderschöne Frau haben und hoffen, dass du in diesem Leben eine Warnung erlangst. No way, Jose. So. Von Raufereien, Schlägereien, Händeln, von Rauben, Plündern, Zwingen hält er sich verändern. Wahrscheinlich schon aus. Hab gerade erst vor kurzem wieder mal ausgeteilt. Na ja. Man ist zufrieden mit dem Gewand. Schau mal, ich hab hier, du musst da nicht reichen. Mit der Almosenspeise. Das ist natürlich, ich sag gleich vorneweg, da gibt es eine Frau, die pflegt ihre kranke Mutter, die befasst sich mit der loslösenden Leere. Die geht sonst nirgendwo hin. Die hat eine kleine Rente, die kann sie so leben. Die geht in keine Gesellschaft, kann nirgendwo hin. Natürlich hat sie auch keine sexuellen, nicht, nicht, nicht. Ist einmal am Tag, pflegt ihre kranke Mutter. Natürlich lebt die nicht in der Obdachlosigkeit, in der Heimlosigkeit. Sie hat ja noch eine Bindung an die Mutter, aber was passiert zu einer Frau? Die wird nicht mehr wiedergeboren an dieser Ebene. Sie kommt auf höheren, geschlechtslosen Ebenen wieder. Viel geistiger ist diese. Das nur nebenbei. Macht damit, was ihr wollt. Und man, man, soll man sagen, man bevorzugt das Alleinsein. Nur hohe, hochentwickelte Menschen können wirklich allein sein. Der Rest sagt, ich will nicht allein sein, ich war da vor. Die sollen sich halt einen Partner suchen, die sind noch nicht bereit für die Lehre. Wenn du dich mit der Lehre befasst, dann kommst du auch ganz gut aus, wenn du allein bist. Oder in einer Partnerschaft, wo man nicht unbedingt jeden Tag auf Party geht. So, das ist also. Und dann die tägliche Meditation. Und sich befassen mit der Lehre. Da zählen mindestens fünf, sechs, sieben Stunden Meditation allein. Da steht ganz früh auf, man meditiert. Für einen kleinen Hauwitz was sagen. Es gibt heute eine Unsitte von Schauspielern und Dingen und alles, die sagen, ich meditiere mindestens einmal am Tag. Eine Stunde und so bekomme ich Kraft. Du bist schön blöd, bist du. Blöd bist du. Wer meditiert zum Zwecke, dass er Erfolg in der Welt hat, der fällt in die Fänge der Astral-Dämonen. Mehr sage ich dazu. Wenn du nur meditierst, um mehr Geld und das und das zu verdienen. Das geht, das geht. Da könnte ich ganze Bücher und Kurse schreiben und könnte Millionen verdienen, mache ich aber nicht. Naja. Schau mal, wenn du Sitten rein bist, ist das eine gute Sache. Aber die Versuchung lauert an jeder Ecke und vor allem auch in dir. Vor allen Dingen in deinem Traum. Man kann auch in der Astralwelt sexuelle Beziehungen haben. Man steckt als Mann sein astrales Glied in die astrale Scheide einer Frau. Kein Problem. Es gibt Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft und andere, die sich in der Astralwelt treffen. Abends. Wollen wir machen. Ich empfehle es nicht. Wenn Nirvana erlangt wird, mach diesen Quatsch nicht. Außerdem, die Cities, die kommen ganz von selbst. Wenn du diesen Pfad wandelst, wirst du plötzlich spüren, du kannst dich plötzlich lösen vom Körper, kannst du da und da und da und da. Das übt man aber nicht und trainiert man nicht, wie mit MK-Ultra, diese ganzen Kranken, sondern das kommt von selbst. So wie einer, der im Rollstuhl war und langsam anfängt zu gehen, geht immer mehr, immer mehr. Am Anfang konnte er kaum vom Rollstuhl hoch und plötzlich geht er von selbst. Das ist ganz von selbst. Weil er sich entsprechend verhalten hat. Ja? Man kann nicht, man kann nicht, meditieren und sagen, jetzt habe ich mehr Kraft, Schweine zu schlachten als Metzger. Da wird zum Beispiel, oh, lanu. Ich meditiere jetzt, ich warne in meinem Buchtaus und seitdem schlachte ich die Schweine viel besser. Da geht sofort Kopf ab, vorher kastriere ich sie mit dem Messer, weil sie es sonst so riecht, dann schlitze ich ihnen den Bauch ab. Ja, mach mal. Meine Lieben, ich muss eines dazu sagen, zur Sittenreinheit, wir erlangen übrigens in der Loslösung, in der Meditation mehr und mehr Wissen. Wir, wir, we enter levels, wir betreten Ebenen, von denen wir vorher nichts wussten. Warum? Weil sich unsere ganze Struktur, der Mensch ist ja siebenfältig in dieser Loslösung, in dieser Entsagung löst und mobil wird. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Wenn aber einer nicht Sittenrein ist und er will zum Beispiel meditieren, dann wird ihn irgendwann die Anhaftungssituation wieder überfallen, früher oder später, und wird seine Meditation stören, meine Lieben. Er wird keine rechte Konzentration haben und nicht entsprechend meinem Buch Seelen, Atem, Meditation, kleines Büchlein, Besorgzeug, kann er nicht entsprechend praktizieren. Wenn aber einer sagt, ich möchte, wie ich das sage, nicht in diesem Leben der Bahnheil an, aber ich möchte das, was man mir diktiert hat, stufenweise anwenden, das geht. Und was immer ihr wollt, dafür werden euch die Umstände gegeben. Egal, was ihr wollt. Viele sagen, ich würde gerne diesen das machen, aber die Umstände, die Umstände, in denen du jetzt bist, hast du geschaffen und neue kannst auch nur du schaffen. Wer es zu fassen vermag, mein Lieben, der fasse. Also es ist schwer, auch wenn ich Sittenrein bin oder wäre, völlig, völlig keusch leben würde, dass ich mein Denken meditativ so in der Gewalt habe, dass es nicht von außen gestört wird. Das liegt daran, dass ich das jeder ein Leben lang seit Geburt besessen war, sozusagen, positiv und negativ, von anderen Wesenheiten, die, wie Goethe sagt, durch ihn weben und schweben und leben. Und da gibt es Situationen von Kamarago, Sinnenlust, die einen überfällt, obwohl man es gar nicht, man hat nicht mal, nehmen wir mal an, ein normaler Mann, ich sage jetzt mal normaler, der sieht nicht mal eine Frau, das Ganze ist nur für sich allein und meditiert und plötzlich kommt, mit einer Gewalt kommt Mara, wie es sie beim Buddha kam. Mara, der Böse, was nichts anderes war, als der Hüter, der Schwelle, dem Buddha selbst. Und er versucht ihn, lauter nackte Frauen, um den Buddha herum. Und er war ja nicht Sitten rein geboren, wollte er nicht denken, nee, nee. Aber wahrscheinlich hattet ihr ja schon so viele Leben der Sinnesfreunde und Lüste, dass das genau war the straw that breaks the camel's back. Der Strohhalm, der das Kamel zusammenbrechen lässt. Man könnte ein Kamel so ein Beispiel belasten, dass es kaum mehr was tragen kann. Also es zittert schon, es ist keine mehr. Und du legst einen Strohhalm drauf und bricht zusammen. Ja. So. Und wenn das Denken dann vom Reiz überwältigt ist, dann wendet man gerade, dann verdrängt man das nicht. Ja, warum denn mal? Alles, was du verdrängst, kehrt wieder zu dir zurück und durch den Hintereingang. Ja, wie die Amis mit ihren blöden Thesen. New Age Gowus. Wie heißt das? Schmutz rein, Schmutz raus. So ein Begriff. Trash in, Trash out. Ja. So geht das nicht. Wenn du im Sumpf bist, kannst du doch nicht lange im Sumpf abgehen, wenn du raus willst. Du kannst nicht drinnen im Sumpf dich besser fühlen und sagen, ach so schlecht ist der gar nicht und so. sondern du kannst dich wirklich nur besser fühlen, wenn du rausgehst, dann bist du draus. Sumpf ist immer noch da. Ist mal das Beispiel. Wenn einer sich ein höheres Bewusstsein, da braucht er es ja noch, anschafft, heißt es nicht, dass er nicht wieder in das Alter zurückfallen kann. Hier geht ruckzuck, es lauert ständig. Aber wenn du ein höheres hast, brauchst du dich mit dem Alten nicht mehr zu befassen, brauchst du nicht sagen, warum brauche ich da dies und das und jenes und bla bla zum Psychiater gehen, ja, und der ist genauso verdreht wie du und dann bist du gefangen in diesem Labyrinth. Sondern jeden Tag durch die Lehre sich einen gewissen Bewusstseinsstand anzueignen, der einen ein bisschen aus dem Sumpf des täglichen Beballertwerdens raus. Und wenn man sich da mit der Lehre befasst, dann sind viele Dinge will man gar nicht mehr so. Tüpfel früher wollte. So, und das ist dann eben jemand, der nicht Sittenrein ist oder ein Sittenreiner, der dann zurückfallen kann in die nicht Sittenreinheit. Der muss dann halt durchschauen, das ist der noch verbleibende aufwallende grause Durst. Den habe ich noch nicht überwunden. Wie überwinde ich ihn durch Verdrängung? Nein. Schaut mal, viele versuchen störende Gedanken zu überwinden, indem sie was trinken und in der Tat hilft es übrigens. Weil gewisse Gehirnzentren ausgeschaltet werden, wo diese Gedanken wirkten erst mal. Nur die sind immer noch da. Wenn der Alkohol weg ist, ist das Gehirnzentrum noch mehr angegriffen und die Gedanken kommen schlimmer. Bis zum Delirium Trämens. dann sieht man Spinnen und dies und das. Ja, das sind alles astrale Einschübe, die man dann hat. Ja. Wenn also das Denken vom Reiz überwältigt ist gerade, dann stellt man sich dem Kampf. Man sagt, da bist du. Man schließt die Augen und man beobachtet diesen Überfall. Ja. Passiv. Und wenn es dich den ganzen Körper schüttelt. Denn durch die Leere weiß man ja schon, dass nur das Anatar geschüttelt wird. Ist nicht selbst. Ja. Und das sind dann Verwüstungen, die kommen können. Gerade zu dem, der Heiligkeit will. Zum Mönch, zur Nonne. Darum sage ich immer, das ist nichts für euch auf einmal. Ich mach's nicht. Schaff ich nicht. Ich bin ganz klar, die Richtung, ganz klar. So. Denn ich meine, man könnte auch sagen, ich gebe dem Verlangen nach. Sorge fühle ich, sauf und fresse und huhe und sterbe. Dann schaut euch mal um die Welt. Wie viele schon geboren werden, halb wahnsinnig. Sie haben auch gesagt, ich sauf und fresse und huhe. Und jetzt haben sie es. Werden durch Säuferfresser und huhe geboren. Mike Tyson, dieser wunderbare Philosoph, hat gesagt, meine Mutter war eine Prostituierte, mein Vater war ein Zuhälter. Und mit 13 Jahren, sagte er, habe ich schon die ersten Erwachsenen umgehauen. Auf der Straße. Mit 14 kam er zu Kastamato, dem Boxtrainer und hat da den Europameister umgehauen. 14 Jahren. Da habe ich noch gar nicht richtig gewusst, wo es zu boxen geht. Ja, ja. Übrigens ganz nebenbei. Die Straße ist nicht der Ring. So. Also. Man nimmt eine Mahlzeit ein. Das ist schon ganz unmöglich. Was die Leute sagen, ich esse abends, da habe ich vielleicht gerade Zeit. Genau dann ist falsch. Zu uns hat gegessen. Das Zeug bleibt im Magen gärt und am anderen Tag wachst du auf und furzt und machst dies und jenes und holst dir Darmkrebs irgendwann. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Man meditiert einmal am Tag für jemand, der natürlich entsagen will. Dann setzt man sich hin und meditiert. Also man, entschuldigt, man isst einmal am Tag. kennen. Und dann ein paar Stunden. Und mehr und mehr löst man sich. Das merkt man richtig. Ja. Dann bist du kein Mann mehr und keine Frau. Dass sich dann natürlich deine sexuelle Energie nach oben die Bahn brechen will. Und wenn bei manchen Leuten das und das und das noch nicht auf ist, es sich unten aufstaut und Entschuldigung, die es noch geiler macht, das ist ja eine Warnung, die ich ausspreche. Ja. Man verhält sich entsprechende Leere. Und wenn man mal halt fällt, wenn man mal halt fällt, na ja, und das steht mir wieder auf. Und so müht man sich, so ringt man. So ist man von Hingabe unermüdlich, bedachtsam, konzentriert. Und so kann man den Körper dann auch sehen, wie ich immer wieder sage, Haare, Stirn, Knochen, Schädel, Nase, Augen, Mund, Zähne. Nur weil ich beim Spargen die Zahndraube habe ich beim Zahnarzt ein Röntgenbild von meinem Schädel gemacht. Hals, Herz, Lunge, Urin, Kot, Darm, Flüssigkeit, das, Genitalien und so weiter und so weiter. Schaut man alles an mit rechter Betrachtung. So schaut man sich mal an und sagt, das bin ich nicht. Ich will nicht aufs Klo. Oder willst du aufs Klo? Nee, komm, du gehörst deinem Körper. Deshalb heißt es ja auch Notdurft. Na ja, na ja. Notdurft. Wow. Und meine Lieben, das ist ja auch eine Sache, die ich immer wieder erwähne, Sittenreinheit oder, oder, na gut, wir reden jetzt von extremer Sittenreinheit, aber ein maßvolles Verhalten in allem ist, selbst das ist ohne die Lehre nicht möglich. Weil das Buch des Lichts ist das Buch der Konsequenzen und du kennst die Konsequenzen nicht. und dann machst du irgendwas und darauf wird es schon nicht schaden. Aber wenn du dich mehr und mehr mit den Konsequenzen befasst, wirst du irgendwie, ne? Na, wenn nicht, dann lernst du halt so, mein Gott. Also deshalb, Sittenreinheit und die Lehre, also kann man sagen, Weisheit, der Lehre, das Buch des Lichts, das ergänzt sich. Und dann erkennt man, ich bin auch nicht das Bewusstsein. Weil Bewusstsein ist immer etwas Körperliches. Erzähl mir nicht, dass Bewusstsein etwas Geistiges ist. Denn auch der Geist ist nach Buch des Lichts feinst stoffliche Materie. Die Wesenheit selbst hat damit gar nichts zu tun, die ist Europa. Non-Materie ist ganz außen vor. So, und was die Religionen und die Kirchen und der Koran und die Bibel und der Geist verstehen, Existenz im Himmel, das ist Existenz mit einer geistigen Hülle im Himmel. Ja, stimmt, stimmt. Aber auch die bist du nicht, auch die zerfällt und damit auch dein Himmelsleben. Wer hast du fassen vermag? So. Und dann schaut man sich die Elemente an. Es gibt das Wasser, es gibt das Feuer, es gibt die Luft, die Erde, die vier Elemente. Und die sind ja auch in dir selbst. Was bist du, daraus bestehst du auch selbst. Warum? Eigentlich bestehst du nur aus einem Element. Jeder Alchemist wird mir Recht geben. Mula prakreti, Ur-Materie, das ist Ur-Materie in unterschiedlicher Schwingung. Ich habe gesagt, die Materie ist vergänglich, die Materie ist ewig. Oh, jetzt hat sich der Lano widersprochen. Die Materie ist zeitlos, ewig, unsterblich, aber veränderlich in der Form. In dem Maße, in dem du in der Form anhängst, die du gerade bekommen hast, wenn die sich verändert, ja, in dem Maße stirbst du dann. Und leidest und sagst, es war doch schön zu sehen, zu riechen, zu sprechen, zu hören, zu tasten, zu schmecken, zu denken. Und noch voll ergriffen von dem Verlangen kommst du wieder und suchst dir wieder eine Elternpause, in dem das funktioniert. Und wenn die Menschheit wieder ungeschlechtlich ist, dann suchst du dir halt eine ungeschlechtliche Situation aus. All the same. Und das ist eben durch den Einblick in den Körper, und das sagt er immer und immer wieder, erfährst du wahre Unsterblichkeit. Welche ist kein Verlangen nach Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tassen, Denken. Denn damit identifizieren sich die meisten. Und damit haben sich auch schon ihr Todesurteil, übrigens ihr Lebensurteil und ihr Todesurteil geschrieben. Das bringt sie ja zurück, aber das lässt sich auch wieder schreiben. Warum? Weil Mula Prakriti, die zeitlose, ewige Urmaterie, die gehorcht. Die nimmt die Form an, aber nach einer Weile sagt sie, ich will wieder Äquilibrium. Und die Form ist wieder wie so ein die ruhige Oberfläche eines Sees. Und man sagt, wo ist die Form? Mit der ich mich identifiziert habe. Der Heilige weiß natürlich, was macht der Heilige, der Meister? Der geht vollbewusst in die Form rein, verlässt den Urgrund, wie er will. Nimmt sie an und weiß, die ganze Zeit das bin ich nicht. Aber der normale Mensch fragte man, normal Mensch, wer bist du da so in meinem Körper? Beschaulich betrachtet man diese Sachen, meine Lieben. Denn auch die Sonne ist natürlich der Körper einer Wesenheit, die unterliegt demselben Gesetz wie ich auch. Die wurde geboren, lebt und stirbt. stirbt halt länger, lebt halt länger als ich. Aber auch sie wird eingesogen in den Urgrund. Dann machst du einmal flopp und da ist alles wieder weg. Und was verbleibt dann, mein Lieben, wenn alles wieder im Urgrund ist? Der Urgrund, alle Wesenheiten, die Urmaterie. Das war's schon. Ja, wer ist nicht? Wer ist? Du bist Gott. Wenn du aus dem Urgrund wieder rauskommst und gibst du dich mit der Erfahrung der vergangenen Inkarnation mit neuer Materie und wirst auch natürlich assistiert karmisch, Entschuldigung, mit Wesenheiten, die dir Hüllen verpassen, damit du in der Umgebung dich auch da, das ist so, als wenn du tauchen willst und jemand sagt, du brauchst einen Taucheranzug, dann gehst du hin, dann macht der dir einen Taucheranzug. Dann geht's auch runter. Tägliche Meditation, so macht man das. Denn, meine Lieben, ich kann euch doch hier ein Märchen erzählen, tausende Jahre nach. Ihr müsst doch in der Lage sein, das zu verifizieren. Das geschieht in der Seelenartenmeditation. Die Lehre, guck mal, die Lehre auch, weil die Lehre ist uralt, die kannten wir schon vor Billionen von Jahren. Irgendetwas in dir sagt, Mensch, das stimmt und du weißt nicht mal warum. Bei den anderen Lehren sagst du auch manchmal, es stimmt, aber es sind nur Buchstücke und du sagst wieder, da fehlt was, aber beim Buch das nicht sagst du, das stimmt. Boah, ich weiß nicht mal warum. Ja, jetzt weißt du warum. Du wirst es immer mehr wissen und die Wahrheit wird dich befreien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und in meinen wildest dreams I thought I'd never fall. The world was at my feet And there was only me I thought I knew it all And then the moment came And set my life in flame And I lost it all And every move I made And every step I took Was in vain And in the middle of my darkest night I see a guardian angel by my side I see a guardian angel by my side He's telling me just walk the path And give your very best And then I took a stand That this is not the end But a new beginning And I asked myself What can I do to help Those who need me And deep inside of me And deep inside of me I felt a secret key Opening my heart And then I realized That in the end I found Myself again And in the middle of my darkest night I see a star of hope Shining bright And suddenly I understand This is a lesson That I had to learn And in the middle of my darkest night I see a guardian angel by my side He's telling me just walk the path And give your very best And give your very best And give your very best